Es ist 20 Uhr. Heute im Studio Ingrid Blau. Guten Tag meine Damen und Herren und willkommen zu den aktuellen Nachrichten. Wir haben soeben erfahren, dass im Tierpark Kekshausen ein Eisbär einen Mitarbeiter angegriffen hat. Und nun zum Wetter. Im Norden Deutschlands haben wir minus 22 Grad, im Süden 6 Grad, im Osten sind es warmer minus 10 Grad und im Westen kalte 22 Grad. Das waren die Nachrichten. Ich wünsche noch einen schönen Abend.